Hallo ihr Lieben! Heute mal ein etwas anderes Video von mir, als ihr es normalerweise gewohnt seid. Aber ich möchte mich mit diesem Video an all meine Leser richten und mich persönlich bei euch bedanken. Ich bin einfach sprachlos. Ich bin überwältigt, wie viele von euch sich meine Bücher gekauft haben und mich damit als Autorin unterstützen. Ich möchte mich wirklich aus ganzem Herzen bei euch bedanken. Vielen Dank auch an all meine Leser auf Social Reading, die mich nach wie vor mit ihren Kommentaren unterstützen, für meine Kapitel abstimmen und Dankeschön auch für jede einzelne private Nachricht, die sich nach meinem Wohlergehen erkundigt haben. Ich weiß, ich habe mir eine sehr lange Auszeit auf Social Reading genommen. Ich war leider sehr lange inaktiv, aber die gleichzeitige Veröffentlichung von Gefangen und Entführt hat so viel Zeit in Anspruch genommen. Ich hatte ein paar Veränderungen, sowohl beruflich als auch privat, deswegen habe ich lange Zeit nicht in die Rolle der Maja Nowak reingefunden. Aber ich habe heute positive Nachrichten für euch. Ich bin am aktuellen Kapitel. Ihr werdet demnächst ein Update von mir bekommen in Entführt und Verkauf. Freut euch da mit mir drauf. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Seid mir bitte nicht böse, wenn die zukünftigen Updates etwas länger dauern. Ich werde es auch leider nicht schaffen, wie versprochen, dieses Jahr Entführt und Verkauft herauszubringen, weil, wie gesagt, die Geschichte ist leider nicht abgeschlossen. Gebt mir da bitte noch ein bisschen Zeit. Ich habe aber auch noch wundervolle Nachrichten für euch. Ich bin aktuell an der Überarbeitung von Gefangen Band 2 Spiel mit den Bösen Jungs. Das Lektorat ist mittlerweile abgeschlossen. Das heißt, wenn alles planmäßig verläuft, werdet ihr es Mitte dieses Jahres in den Buchhandlungen erwerben können. Ich danke euch wirklich an der Stelle nochmal aus ganzem Herzen. Vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Ich wäre heute nicht da, wo ich bin, wenn ich euch nicht hätte. Ich knutsche euch und drücke euch und ich bin so dankbar für jeden Einzelnen von euch, der da ist und der an mich glaubt und mich unterstützt. Macht's gut, ihr Lieben. Ich knutsche euch. Bis dann. Tschüss.